Was habe ich noch? Beschreibung und Analyse, hatte ich eben schon ganz kurz gesagt. Algorithmen könnte man natürlich jetzt, hatte ich eben schon angefangen, das so ein bisschen zu begründen, wir könnten das formulieren in einer konkreten Programmiersprache, hier ein paar Beispiele. Wir könnten das auch umgangssprachlich beschreiben, wir könnten das auch irgendwie formal in so Flussdiagrammen oder anderen grafischen Darstellungen versuchen abzubilden oder halt in dieser Pseudonotation. Ich habe mich, wie gesagt, aus den eben genannten Gründen eigentlich für diese Variante entschieden und ich glaube, das kommt auf einer der nächsten Folien, was ich denn darunter verstehe. Analysieren werden wir das natürlich auch, das Ganze, was wir da tun, weil wir ja wissen wollen, was ist denn vielleicht ein guter Algorithmus, was ist ein schlechter Algorithmus und da müssen wir ja irgendwie erstmal ein Handwerkszeug für haben. Wir müssen ja irgendwie festmachen können, wie drückt sich das denn aus, ob ich jetzt einen guten oder einen schlechten Algorithmus habe. Und was ja typischerweise in der Informatik verwendet wird, ist der Ressourcenbedarf. Und Ressourcen bezogen einmal, Sie sehen, das ist ja glaube ich eben auch gesagt, diesen Begriff Laufzeit, also der Zeitbedarf, den so ein Algorithmus in Anspruch nimmt, wenn ich ihn zur Lösung eines Problems halt einsetze. Und so der zweite Aspekt ist Speicherbedarf. Ja, wie viel Speicher brauche ich denn? Aber so das primäre Argument ist eigentlich immer hier dieses Zeitargument. Und auch da werden wir, und das machen wir nächste Woche, Dienstag glaube ich, brauchen wir natürlich auch irgendwie ein Handwerkszeug für, um das irgendwie festzumachen, um das irgendwie zu beschreiben. Und da kommen uns die sogenannten landauschen Symbole über den Weg, das Groß-O von irgendwas, haben Sie vielleicht auch schon mal gesehen, das ist jetzt ein Algorithmus mit Laufzeit O von N mal Log N. Also wenn Sie mal irgendwie so ein Buch hier aufschlagen über Algorithmen, dann findet man sowas. Oder sowas wie O von N Quadrat. Oder sowas wird es uns auch unterkommen, das ist ein Theta, ein griechisches Theta von N Quadrat. Ja, das wird sozusagen später das Handwerkszeug sein, oder so die Beschreibungssystematik, mit der wir dann Algorithmen letztendlich beurteilen. Nicht erschrecken, kommt nicht sofort an. Ich hatte gerade schon gesagt, Algorithmen formuliere ich in Pseudocode. Das heißt, es handelt sich hierbei eigentlich um eine abstrahierte Beschreibung eines Algorithmus. Ich möchte das nicht in der direkten Programmiersprache machen, weil dann häufig irgendwie so implementationsspezifischer Ballast auf uns zukommt. Und wenn ich dann irgendwie auf eine bestimmte Datenstruktur zugreifen will, dann brauche ich halt eine bestimmte Symbolik, um das zu machen. Dann brauche ich einfach irgendwie vielleicht zehn Programmzeilen mehr, als ich das in so einer knappen Formulierung im Pseudocode machen möchte. Aber das ändert letztendlich nichts an der Idee, die dahinter steckt. Und darum geht es mir in dieser Veranstaltung. Dass wir uns eigentlich mit den Ideen beschäftigen. Das heißt für Sie natürlich, und das ist irgendwie die Transferleistung, die ich von angehenden Informatikern erwarte, dass wenn ich Ihnen beispielsweise hier so einen Algorithmus in Pseudocode sozusagen hinwerfe, dass Sie sich Gedanken machen, ja wie kann ich das denn in einer Programmiersprache implementieren. Wenn ich Ihnen das jetzt hier beispielsweise dann exakt, syntaktisch korrekt in C, C++ oder irgendeiner anderen Programmiersprache präsentieren würde, dann würde das einzig und allein darin bestehen, sozusagen die Leistung von Ihnen, dass Sie das, was hier abgebildet ist, irgendwie abtippen. Das ist dann irgendwie ein bisschen wenig. Ich finde dafür haben Sie kein Bachelorzeugnis, oder was Sie dann irgendwann bekommen werden, der Medieninformatik verdient. Ein bisschen nachdenken sollen Sie ja auch, weil das kommt ja später im Job auch auf Sie zu. Und das üben wir besser jetzt als später. Beispiel, das sieht dann so in etwa so aus, ich habe jetzt irgendwie hier einen Algorithmus, in so einer Pseudocode-Notation, ich möchte, oder ich habe gegeben, ein Array, ein Feld, ich zeichne mit A, der Länge n, und ich suche jetzt einfach das größte Element in diesem Feld. Ich habe also jetzt irgendwie n Elemente in diesem Array drin, von A1 bis AN, und ich suche das größte Element, ja, und das sieht dann irgendwie so aus, also ich habe so etwas wie syntaktische Feinheiten, wie ich muss jedes Statement mit einem Semikolon abschließen, wie man das in manchen Programmiersprachen findet, so etwas machen wir hier nicht. Auch Klammerungen oder so etwas machen wir nicht. Wir kennzeichnen beispielsweise hier so eine Blockstrukturierung lediglich durch Einrücken. Ich verwende schon solche Konstrukte, wie man sie dann in Programmiersprachen schon findet, also so etwas wie Kontrollstrukturen, Vorschleife, IF-Anweisung, oder ich möchte beispielsweise zurückspringen aus irgendeiner Routine. Deklaration von Variablen ist mir völlig egal. Ich verwende Bezeichner, wie hier dieses Current Max, und kann dem alles zuweisen. Aber das ist irgendwie dann so dieser implementationsspezifische Ballast, von dem ich eben gesprochen habe. Ich möchte mir jetzt keine Gedanken machen, so Current Max muss jetzt eine Variable vom Typ Integer, Double, Float, was auch immer sein. Ich nutze das einfach, und letztendlich wird aus dem Kontext, wie ich das Ganze verwendet, wird eigentlich immer schon klar, was das bedeutet. Also hier ganz einfach, ich fange im Prinzip das Current Max, setze ich initial auf das erste Element, und das wird das Element sein, in dem ich sozusagen beim Durchlauf, also ich muss einmal durch meine Liste komplett durchlaufen, und das mache ich halt mit dieser Schleife hier, und ich vergleiche dann jedes Element mit dem bisher größt gefundenen Element, und das speichere ich halt in diesem Current Max. Vergleiche also immer das aktuelle innerhalb dieser Schleife AI mit meinem gefundenen, bisher gefundenen Current Max, und wenn ich ein größeres finde, dann weise ich das hier an dieser Stelle zu, und am Ende kann ich mir ziemlich sicher sein, da kriege ich das größte Element raus. Also so in etwa wird das aussehen. Ich denke halbwegs verständlich, und ja, macht es uns, glaube ich, im Rahmen dieser Veranstaltung einfacher. So die Elemente, die ich verwenden werde, ja, werden einmal so Kontrollstrukturen sein, das ist so das Typische, was Sie kennen, ob Sie nun in C programmieren, in Java, was Sie ja, glaube ich, im letzten Semester gemacht haben, ja, auch da haben Sie entsprechende Kontrollstrukturen, if, then, else, while, repeat, for. Blockstrukturen durch Einrücken, da könnte man sich natürlich jetzt drüber streiten, ist bei einer konkreten Programmiersprache ein bisschen gefährlich. Warum könnte das gefährlich sein? Aber was ist der Nachteil, wenn ich rein über Einrücken gehe? Besteht natürlich die Gefahr, dass wenn Sie längliche Programme haben, und beispielsweise auch mal so einen Seitenumbruch drin haben, verlieren Sie relativ schnell den Überblick. Da ist es schon schöner, wenn ich irgendwie explizit beispielsweise immer so etwas habe, wie for, do und dann irgendwie den Schleifenrumpf und am Ende dann noch mal irgendwie so etwas wie ein endfor, also wie ich irgendwie, dass ich explizit kennzeichne, so, jetzt ist diese for-Schleife zu Ende. Wenn ich das lediglich durch Einrücken mache, in so einer Programmiersprache, kann es halt wirklich so im Laufe der Softwareentwicklung sein, Sie haben ja nicht nur Programme, die Sie schreiben, die dann vielleicht mal 20 Zeilen lang sind, sondern die sind ja unter Umständen auch mal ein bisschen länger, dass Sie den Überblick dann verlieren und das ist hier, da ist die Gefahr so ein bisschen weniger gegeben. Aber in unserem Kontext ist das nicht so wichtig, weil wir werden hier nicht so lange Algorithmen haben. Wir werden die schon so formulieren, dass sie relativ kurz und knapp sind, hoffentlich. Ja, Variablen, mehrfache Zuweisungen hier, das gibt es in C glaube ich auch, in C++, also wenn wir hier sowas schreiben, X gleich Y gleich Z, dass dann Z sowohl an Y als auch an X zugewiesen wird, dann Variablen für Felder und Objekte werden wie Zeiger behandelt, das heißt, wenn wir sowas haben, wir haben ein Feld A und wir setzen B beispielsweise gleich A und weisen hinterher zu A von 5 ist gleich 7, dann ist hinterher auch B von 5, enthält dann die 7. Ja, oder wenn wir sowas wie ein Objekt haben, Objekt besteht ja meistens aus einzelnen Attributen oder Komponenten, ja, dann machen wir den Zugriff eigentlich auch über so geschweifte Klammern. Das habe ich natürlich in den Bereich geschrieben, in dem jetzt noch was eingeblendet wird. Oh, das ist gefährlich. Also da muss ich, wie gesagt, ist Neuland für mich hier, muss ich das nächste Mal darauf achten. Variablen sind immer lokal, das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise so eine Methode oder so eine Funktion angebe, ja, dann ist die Variable nur lokal innerhalb dieser Methode gültig. Parametergabe, Call by Value, was heißt das? Also es gibt diese beiden Strategien, Call by Value, Call by Reference, ja, und bei dem einen wird sozusagen Zeiger übergeben, bei dem Call by Reference und bei Call by Value, wenn Sie halt Parameter übergeben, dann ist sozusagen in der lokalen Variablen innerhalb oder in dem Parameter innerhalb der Funktion ist halt entsprechend der Wert eingetragen. Felder, ja, hatten wir eben auch schon verwendet, also verwenden wir einfach den Zugriff auf einzelne Feldelemente durch so eine Indizierung hier, sowas verwenden wir auch, ja, das ist ab und zu mal ganz hilfreich, um gewisse Dinge darzustellen, wenn ich beispielsweise ein Teilfeld darstellen möchte, also ich habe beispielsweise ein Feld A1 bis N, ja, das ist irgendwie ein Feld von, ja, 1 bis N Elemente, ja, und dann greife ich mir einfach mal so ein Schlückchen hier raus, A von I bis J, dann meine ich damit immer das ganze Teilfeld, ja, also letztendlich eine Folge von Elementen. Indizierung typischerweise von 1 bis N, ganz spannend, hat das schon mal jemand gehört, Auswertung von Ausdrücken, insbesondere bursche Ausdrücke, Lazy Evaluation, bei den burschen Ausdrücken, genau, das sind Ausdrücke, die zu Poo oder False evaluieren, wenn Sie sowas haben, wie heißt es bei C, ich glaube, das ist ein doppeltes und, ne, das einfache und in C, ich habe schon lange nicht mehr C programmiert, das einfache und ist, glaube ich, die bitweise Verknüpfung, das doppelte und ist das Bursche End, was macht denn ein Compiler, das wissen Sie aber, der übersetzt irgendwie das Programm und der liest ja sozusagen Zeile für Zeile und wandelt das um und in der Ausführung des Programmes kann ich ja jetzt dahergehen, ich kann das ja jetzt auf unterschiedliche Arten und Weisen sozusagen diese Bedingung hier auswerten. Ja, also if, wenn, beziehungsweise else, der geht in den Nennzweig, wenn dieser Ausdruck hier zu True evaluiert und wenn X und Y für Bursche Ausdrücke stehen, also wo ein Burscher Wert spricht ein True oder ein False rauskommen kann, ja, dann wird der nur dann zu True, also es wird nur dann der Nennzweig ausgeführt, in welchem Fall? Wenn, ja, aber wenn beide zu wahr evaluieren, ne, das ist wichtig, also der wird nur dann wahr, der ganze Ausdruck, wenn beide zu wahr werden und Lazy Evaluation heißt einfach, wenn beispielsweise, er fängt an, er wertet erst das X aus, ja, und wenn das beispielsweise zu False ausgewertet wird, dann guckt er sich das gar nicht mehr an. Das andere heißt, muss ich, weiß ich gar nicht, ich meine Strict Evaluation, da würden halt beide ausgewertet werden und das ist letztendlich so ein Hilfsmittel, diese Lazy Evaluation, um beispielsweise auch unendliche Mengen von Objekten zu definieren. Ja, wenn ich beispielsweise Funktionsvorschriften und Mengenvorschriften habe, um Mengen von Zahlen, beispielsweise die Menge der Primzahlen zu beschreiben, dann kann ich das über so ein Konstrukt machen. Ja, also man guckt sich sozusagen der Reihe nach die einzelnen Ausdrücke an und nur dann, wenn wir noch weiter gucken müssen, tun wir es auch und sonst nicht. und ich glaube, das letzte Element sozusagen in unserem Pseudocode, das sind irgendwie Kommentare, mache ich typischerweise durch so einen doppelten Slash. Kinox-Gang-Gang-Gang-Gang-Gang-Gang-Gang, also für Töntrск-Gang-Gang-Gang. Untertitelung des ZDF, 2020